Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um Online-Marketing. Schlussendlich ist es ja so, dass ich zum größten Teil, zu sagen wir 95%, meinen Vertrieb auf Online-Marketing konzentriere. Und zwar um ganz genau zu sein auf Content-Marketing, aber dazu gleich mehr. Und weil das natürlich ein Thema ist, was auch meine Kunden, also Stadtwerke und Energieversorger, besonders interessiert, weil die ja auch gerade für die Zukunft in der Lage sein müssen, ihre Kunden noch zu erreichen, ihre potenziellen Kunden und auch ihre bestehenden Kunden zu begeistern. Genau deswegen habe ich angefangen, dieses Thema einerseits als Beratungsthema anzubieten, aber jetzt auch ein kleines E-Book darüber zu schreiben, wie Online-Marketing in der Energieversorgung funktioniert. In diesem zwölfseitigen Dossier, was man auf www.energiewirtschaft-einfach.de finden kann, führe ich praktisch in die Formen des Online-Marketing ein und beschreibe den Weg, wie man einen potenziellen Interessenten erstmal zum Besucher der eigenen Webpräsenz macht, dort dann zum tatsächlichen Lead, also zum richtigen Kaufinteressenten macht und dort dann noch den Weg tatsächlich zum Kauf und dann auch zum Markenbotschafter gestalten könnte. Dabei geht es einerseits um den theoretischen Unterbau eines Marketing-Systems, aber vor allem auch um die ganz konkrete Umsetzung anhand der verschiedenen Marketing-Formen. Beginnend beim E-Mail-Marketing, Suchmaschinen-Optimierung, also SEO-Marketing, beim Social-Media-Marketing, ein bisschen was zu Influencer- und Affiliate-Marketing, aber schlussendlich und ist auch für mich am wichtigsten Content-Marketing. Content-Marketing ist der Weg, wie auch ich erfolgreich Kunden akquiriere, indem ich einfach unglaublich hochwertige Inhalte hier, ja, gerade auf YouTube einfach zur Verfügung stelle, hier die Geheimnisse und die Hintergründe der Energiewirtschaft erkläre und greifbar mache, gleichzeitig auf meiner Webseite auch gute Textbeiträge, Lexikonbeiträge, Blogbeiträge, dazu veröffentliche ich den Audio-Podcast habe und dadurch finden die Leute mich. Das, was ich erfolgreich mache, nämlich mich über den guten Content zu präsentieren, funktioniert eben auch für Energieversorger, Stadtwerke und ganz überhaupt für Unternehmen, die sich im Internet präsentieren. Das Entscheidende dafür ist, dass man sich gut darauf vorbereitet, dass man weiß, was sind jetzt eigentlich die Besucher auf meiner Webseite, was sind die Ziele von diesen Besuchern. In meinem Fall, die Leute wollen sich über die Energiewirtschaft informieren, über Neuigkeiten, über regulatorische Änderungen, über technologische Möglichkeiten und dementsprechend richte ich mein gesamtes Programm darauf aus, die zu befriedigen. Dafür stelle ich mir dann die Frage, welche Medien und welche Formate kann ich bestmöglich anbieten. Medien ist dann die Frage Text, Audio, Videos. Und bei der Frage der Formate geht es dann darum, was kann ich richtig gut, dauerhaft und verlässlich veröffentlichen, Blogbeiträge, Artikel, Erklärvideos, Podcasts, Infografiken, E-Books, Whitepaper, aber auch richtige Bücher. Da stellt sich einfach nur die Frage, was kann ich mit dem Aufwand, den ich ja auch treiben will, hier richtig gut umsetzen. Und genau diese Frage muss man sich eben auch als potenzieller Neueinführer von Online-Marketing-Maßnahmen stellen. Was kann ich eigentlich aktuell richtig gut veröffentlichen? Und wenn das nur Textbeiträge sind, dann sind es eben erstmal nur Textbeiträge. Wenn es in Zukunft auch noch richtig gute Videos sind, dann umso besser. Dann stellt sich natürlich nochmal so die Frage, was ist der Nutzen dieser Inhalte? Also bei einem Erklärvideo geht es darum, zu erklären und dann vielleicht auch das größere Problem nochmal hervorzuheben und dadurch dann natürlich auch die Möglichkeit zu schaffen, bei mir ein Seminar oder eine weiterführende Beratung zum Beispiel zu buchen. Und wenn man jetzt weiß, welchen konkreten Nutzen man eigentlich erreichen will, dann ist es die Frage nach den Ideen. Was genau mache ich? Und wenn es um Text geht, dann kann man immer gut mit sowas wie Listen anfangen. Die fünf wichtigsten Punkte, um Folgendes zu erreichen. Oder häufig gestellte Fragen, die eben schön greifbar erklärt werden. Das sind so typische Sachen, die man sofort und auf Anhieb machen kann, indem man seine Mitarbeiter einfach mal kurz dazu interviewt und schon hat man einen richtig guten Blogbeitrag. Um das Ganze mit richtig System zu machen, bietet sich zum Beispiel eine Content-Marketing-Matrix an, die so ein bisschen einordnet, welchen konkreten Zweck und Nutzen ein bestimmtes Format tatsächlich erreichen kann. Und auf der Grundlage kann man dann eben auch sein eigenes Marketing-System schaffen, welches dann die Kunden über einen Sales-Funnel bis hin zum Kauf und Wiederkauf und Wiederkauf führt, beginnend mit einem Lead-Magnet, der die Interessenten praktisch wie ein Magnet anzieht. Das können also kostenlos richtig hochwertige Inhalte sein. Danach das Tripwire, das ist der wortwörtliche Stolperdraht, über den die Kunden praktisch hereinfallen, jetzt ein Kunde zu werden, weil es ein absolut fantastisches Angebot für ganz wenig Geld ist. Und dann ist der Weg zu den Hauptprodukten frei und da kann man immer noch mit Cross-Selling und Up-Selling das Beste herausholen und dann schlussendlich den Kunden zu einem Dauerkäufer, zu einem Abonnenten oder eben auch zu einem richtigen Markenbotschafter machen. Hier geht es also darum, einerseits die Conversion, das heißt die Umwandlung vom Besucher zum Interessenten, zum Kunden und so weiter richtig gut umzusetzen und auch eben wirklich verlässlich umzusetzen und dann natürlich auch den Traffic zu schalten. Wie kriege ich eigentlich die Besucher auf meine Seite? Habe ich die sowieso schon, weil ich als Stadtwerk sowieso gut besucht werde auf meiner Webseite? Oder kann ich das über Social Media und richtig gute Ansätze dort einfach noch weiter befeuern? Oder ist es die Suchmaschinenoptimierung, wenn jemand nach Stromversorgung in Buxtehude sucht, dann sollte eben beim Stadtwerk Buxtehude rauskommen, ganz klar. In meinem Dossier führe ich dann noch ein paar KPIs ein, mit denen man das Ganze ein bisschen messen kann und nachverfolgen kann, wie gut das Ganze auch wirklich funktioniert. Und schlussendlich ist man dann vorbereitet, sein eigenes Online-Marketing-System zu starten und damit auch erfolgreich zu sein. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann stellt ihr einfach in die Kommentare oder schreibt mich auch direkt an auf www.energiewirtschaft-einfach.de. Gerade bei kleinen Stadtwerken komme ich ganz unkompliziert einfach mal vorbei. Wir schauen uns an, wo ihr gerade steht und dann erarbeiten wir eine kleine, aber feine Strategie, um jetzt einfach mal loszulegen und den Erfolg langfristig und nachhaltig zu sichern. Das war es für heute bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal.